Hey Leute, ich bin gerade aufgestanden. Es ist jetzt drei Viertel, fünf in der Früh. Wir gehen heute Skifahren, Snowboarden, ein paar Picks machen in die Berge. Kaum geschlafen. Ich hatte die Woche Nachtschicht, das heißt meine innere Uhr komplett verstellt. Aber naja, wir werden sehen. Es wird sicher heute nice. Los geht's. Das siehst du da eigentlich ziemlich gut, oder, mit dem Sackerl? Mit dem Sackerl. Perfekte Aussicht. Mit dem Sackerl. Die Sackerl. Die Sackerl. Die Sackerl. Die Sackerl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab gar nicht gewusst, dass du Frontflip kannst. Philipp ist jetzt anders gefahren. Der fährt da außerhalb des Skigebietes, außerhalb der Piste. Und ich fahr jetzt so einfach runter und dann machen wir ein paar Picks. Bis zum nächsten Mal. Ich bin komplett fertig von heute. Bist du auch fertig? Gehen wir nur Skifahren? Gehen wir nur Skifahren? Wollen wir nicht mal rauf? Äh, fahren wir. Es war sehr anstrengend. Ein paar Picks gemacht. Und ja, ein paar Videos. Ich hoffe, es war ein bisschen entspannend. Jetzt erstmal nach Hause schön duschen gehen. Mal entspannen. So, das war's für heute. Ein geiler Tag. Philipp sein Instagram seht ihr hier. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.